Dieser Volkswagen Turan steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 150.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2013. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Für eine Besichtigung oder Probefahrt steht Ihnen das Fahrzeug jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017